So, herzlich willkommen zurück zu Legendary. Ja, dann wollen wir mal die Wehrwolf-Katastrophe hinter uns lassen. Ach ja. Nicht einfach, ach so. Äh, was? Wo bin ich gelandet? Bravo Team, was ist Ihr Status? Ach ja, genau. Genau. So. Hold position, switch to emergency channel and request extraction. Wo seid ihr denn jetzt? What up for was? Äh, so war das jetzt nicht geplant. Ah, ich krieg kein Tod davon. Das ist ja schrecklich. Gut, dieses Mal ist es kein Part mit sofortigem Fortschritt. Ha, konnte ja auch nicht immer gut gehen, ne? Ja. Äh, gut, dann müssen wir dann. Oh. Bravo Team, was ist Ihr Status? Six, this is Bravo. We've been hit hard. Multiple wounded. Copy that. Hold position, switch to emergency channel and request extraction. So. So. Ich geh einfach mal weiter. Ich weiß sowieso, dass das eine ganz schlechte Idee ist. So. Ich geh mal ins Zeug. Ja, da kommt es ja schon wieder. Ja. Okay. 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 nicht gerade sehr erforderlich wie ich gerade vor zu rande komme ja hatte ich halt auch gar nicht direkt weiter ich hab dich gesehen du arschgesicht du kamst diesmal früher die waffe auch noch leer ich glaub es einfach nicht ich schieße dir gerne in den arsch das nicht so gerne ist man natürlich da drin jetzt praktischerweise ah das mich doch durch verdammte scheiße ihr schafft das eh nicht jungs vielleicht hab ich da nicht wirklich hoffnung ach die waffel da alle ah man ist aber auch zum kotzen dass ich hier mit so wenig hilf starte das war letztes mal besser gelaufen beim ersten mal ich hab ne rakete noch die will ich aber eigentlich gar nicht haben hat er das nicht getauscht hat er das nicht getauscht hat er das nicht getauscht so dann so die kommen hier hinterher ok toll ich wollte eigentlich dann animus haben und daraus wird wohl nix nehm ich an ich Gracias Ja, das praktisch ist, dass die sich hier noch um die Viecher kümmern. Ich muss mich hier wohl echt erstmal aufladen, jetzt habe ich hier keine Chance. So, langs halt gut geht. So, gut ich versuche mal mein Glück jetzt. Ist natürlich dann sehr nervig, wenn ich das jedes Mal machen muss. So, was war jetzt zu tun? Oh Mann, ich habe es vergessen. Fuck, ey. Ach, Mann, das darf mich hier nicht jedes Mal einkesseln lassen. Ich weiß noch nicht, wo es weiter ging. Ah, es ist doch zum Heulen. Mann. Ah, wo? Ich habe da alles vergessen. Scheiße, ey. Boah, ernsthaft sieben Minuten schon wieder rum. Das kann nicht sein. Was? Nein. Ich habe meine Shotgun wieder. So. Was kommst du denn jetzt her? Das klopft man einfach nicht. ? Hey, ey. Ja, графu! Ey! Was ist denn das denn da? C- John, man weiß nicht. Und ich kann das' mal aufladen und nein, dann ist es zu bitterste. Nix mehr. bez ties diesen quasi noch nicht. Von dem. Das stunning. So, ich sollte erstmal hierbleiben Ah, noch einer Okay, ich muss weg Ich muss doch langsam mal rauskriegen, wo ich jetzt hin muss Verdammt du Scheiße, ich hab das vergessen, dummerweise Ah, was ist denn das hier? Geh in den Messstücher So, weiter jetzt So, muss ich jetzt hin So, irgendwie Ah, da, gut Ah, das gibt's doch nicht, Mann Ich hasse es Der erste Versuch war echt am besten Oh, Mann Helfer aufgeladen kriegen Das hat höchste Priorität So Seid ihr denn? Da Ein bisschen schade, dass man den noch rechtzeitig hilft und trotzdem die schon abschreiben kann, weil sie trotzdem tot sind Ja, das war nicht rechtzeitig geholfen, aber trotzdem In den anderen Fällen halt So, nun hab ich genug, weiter Nein, die Die Granatentypen Ah, ich glaub ich hab sogar einen gewischt dabei Kann das sein? Mach da grad den Eindruck Umso besser dann So Vielleicht etwas schneller mit der Knarre So Oh, ab, Mann Verpiss dich Oh, ernsthaft Das gibt's doch gar nicht Ich mein, das gibt's doch echt nicht Das war doch vorher nicht so schrecklich Manometer Das war doch beim ersten Versuch nicht so schrecklich Das ist schon ein bisschen ätzend So Ah, einfach durchrennen wird wahrscheinlich wieder nicht gut gehen, ne, ne, mich auch an Ernsthaft Wird sich doch mal Man hängt doch wieder irgendwo fest, ne Ah, was ist doch zum kotzen Das riecht mich jetzt grad auf Ah, Mann Das gibt's doch nicht Bravo, Team, moisture status Six, das ist bravo Wir haben hart geholfen, multiple wounded Eins lässt sich schon, dann sind das diese Viecher hier Und das die Knarre mal leer ist, ist auch nicht gerade toll Und man nicht nachladen kann, wenn man läuft Und man laufen muss, weil ich diesen scheiß sicher Man kann nicht vorher nach vorne stürmen, das ist auch so furchtbar daran, ne Muss das jetzt wirklich sich über sich ergehen lassen, dass man das jetzt erstmal so macht Okay Was sollte passieren, wenn ich das vernichte Jetzt mal rein theoretisch, was passiert da Habe ich dann Ruhe Ich hab's jetzt einfach mal Vernichtet, vielleicht ist dann ja Ruhe Geil und meine Ruhe Die sind dafür glaube ich zwar nicht wirklich, aber Aber Das ist auch geil, wenn da mal aufzutun Aha Ich hab piss dich So, darf ich jetzt? Danke, weiter. Puh, so. Das Gefühl, es wäre wohl tatsächlich weniger geworden, wenn jetzt wo ich das Ding zerstört habe. So, was soll ich jetzt tun? Das ist nicht schön. Was soll ich jetzt tun, verdammte Kacke? Was soll ich bloß tun? Verdammte. Ich kapierst halt einfach nicht, was ich tun soll. Hier komme ich einfach nicht wei- was soll ich denn hier tun? Verdammt normal. Was soll ich denn da tun? Ich finde da nix. Mann. Ich hasse das echt. Ich stelle jetzt 5 Millionen tausend mal machen, weil ich nicht weiß, was ich da machen soll. Das ist schon etwas schäbisch, aber naja. Was soll ich da tun? 일이 liessen? Das ist echt fantastisch, wie man gerade einen ganzen Part darin verschwendet, diese Scheiße hier zu machen. Boah, wie man sich hier nicht bewegen kann, es ist zum, wow, 18 Minuten und kein Fortschritt, super. Hab ich ja einen sehr spannenden Part für euch und alles nur, weil ich nicht weiß, was ich da hinten machen soll, das riecht mich auf, weswegen ich es mal wissen würde, das wäre wirklich fantastisch, so, keine Ahnung, ob es eine gute Idee ist, das zu zerstören und ich könnte mir vorstellen, dass es erst, dass es Sinn machen würde, es ist auch nicht, wahrscheinlich wäre es so echt sinnvoll, dass man die erst auf seine Seite kämpfen lässt, bevor man das zerstört, aber keine Ahnung, gerade ich will die einfach nur irgendwie überleben. Der lebt sogar noch, was zur Hölle. Ich hab das denn geschafft. Gut. Ruhe bewahren. Sonst bringt das hier auch nichts. Ich muss ein bisschen Gas geben. Ey, die leben hier sogar alle noch. So. Wo muss ich jetzt hin, verdammte Scheiße? Hier. Ach, hier wahrscheinlich oder was? Ah. Wow. Ich könnte mich hauen, als wenn das jetzt so schwer war. Ja, aber und jetzt? Was soll ich jetzt tun? Ah, okay. Gut. Oh Gott. So schwer war das jetzt nun wahrlich nicht. Nein. Wie ein Vollidiot habe ich mich angestellt. Das macht mich gerade noch verrückter. Wisst ihr das? Das macht die Sache gerade noch schlimmer, dass ich mich wie so ein Idiot angestellt habe, wie ich das gerade feststelle. Ja. Aber wenigstens haben wir in diesem Part jetzt einen Fortschritt erlangt. Immerhin. Kann nur besser werden. So. So. Ist zwar nicht sonderlich viel, aber wir haben. So. Muss ich jetzt überhaupt hin? Keine Ahnung. Ganz rund war irgendwie. Okay. Ich bin gerade noch nicht sicher, was ich jetzt tun soll, aber ich habe auf jeden Fall Fortschritt. schon mal. Jetzt soll ich wohin? Da raus? Irgendwo? Oder wie hin? Wahrscheinlich noch weiter runter, ne? Ah, tatsächlich. Hier sind wir wahrscheinlich, ja. Okay. Da war ein kleines Löchle. Okay. Tut mir leid, dass ich mich ein bisschen aufgerichtet habe, aber das hat mich gerade echt geärgert. Denn ich möchte ja auch vorankommen und euch nicht die ganze Zeit nur zeigen, wie ich hier gerade abkratze. Ne. Das ist dann auch nichts. Aber, Mann. Wie blöd. Ne? Das macht die Sache noch schlimmer. Man musste nur rumlaufen. Das war mein Problem. Wieso habe ich das nicht gesehen? Das macht mich gerade noch viel verrückter. Wieso habe ich das einfach nicht gesehen, dass ich da rumlaufen kann? Das ist doch unglaublich. Ja. Wirklich. Da gebe ich mir selber ein Facepalm für. Oh, meine Güte. Gut. Seid nicht böse mit mir. Ein Part voller Sterben. Aber beim nächsten Mal haben wir dann endlich Fortschritt. Ja. Aber gut. Dafür haben wir ja die vorigen Parts mal direkt beim Anfang Fortschritt gehabt. Dann darf ich mir mal auch ein Part voller Failen erlauben. Hä? Hä? Ich bin aber auch nicht der Typ, der irgendwie was rausschneiden vermag. Und. Ja. Ich finde, Failen gehört einfach dazu. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, wenn mir das so oft misslingt und ich euch dann, ja, so viel Sterben präsentiere. Aber ich bin halt auch nicht der Mensch, der irgendwas rausschneiden möchte. Ich finde einfach Uncut schöner. Ja. Ist einfach so. Wer und wer es nicht sehen möchte, der kann ja dann vorspulen oder so. Ne, das Schöne ist ja bei YouTube auch, dass man die Vorschaubilder auf der Suchleiste hat und wem das nicht gefällt, wenn ich immer abkratze, der kann ja sonst auch vorspulen. Aber im nächsten Part gibt es jetzt wenigstens Fortschritt. Sorry an denjenigen, denen das stört. Ansonsten, ja. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen dennoch. Bis zum nächsten Mal mit Legendary und endlichem Fortschritt. Bye, bye.